So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Virtue's Last Reward. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen was über die Vergangenheit von Clover erfahren, woraufhin dann plötzlich alle gestorben sind. Also, keine Ahnung, wie sie gestorben sind, ob sie Selbstmord begangen haben, aber jedenfalls haben wir dann Selbstmord begangen. Und damit haben wir auch das erste, tatsächliche Ende endlich mal erreicht. Das Clover-Ende. Somit gibt es anscheinend neun richtige Enden. Und der Rest sind dann wahrscheinlich wieder solche Game-Over-Bad-Ends, I guess. Weil es sind auf jeden Fall mehr als neun. Ich kann nicht gut zählen. Aber ich glaube, das sind mehr als neun. Ja, wir wollten heute mal gucken, ob wir das hier schon weitermachen können eigentlich. Where did Alice go? Das war ja das Ende, also ein Standen, wo Alice gestorben ist. Wow, das tut sie ja echt selten eigentlich. Wobei, hier ist sie. Also, sie ist auch hier gestorben, aber nur mit allen anderen zusammen, nicht vorher halt. Naja, jedenfalls... Hier hat sie sich mit dem Skalpell wahrscheinlich selbst abgeschossen. Jedenfalls ist sie weggelaufen, nachdem wir mit ihr und Quark in einem Raum waren und er auch sich selbst umbringen wollte. Dann hat sie ihm den Skalpell weggenommen und ist weggerannt, panisch und hat rumgeschrien, blablabla und dann war sie tot. Also, ja, no one here, huh? Damn. Where did she go? Then suddenly the world shifted. Okay, okay, wir können wohl wirklich her weitermachen. Yep, wir sehen schon ihre Leiche hier. Wobei sie da aber ein Messer in sich hat, kein Skalpell. Okay, for just an instant I was somewhere else entirely. My mind reeled and then, just as I'd began to adjust, it was gone. As if nothing had happened. What was that? It was the same sensation I felt when I saw the vision of the bombs exploding. Had it been a premonition? This is bad. I need to find Alice now. What? Where could she be? Damn it, Alice, where are you? Okay, ich weiß natürlich, wo sie ist, und zwar in den Crewquarters. What about the Crewquarters? Yeah. Yeah, that is the beach. Hätte ich zwar jetzt von der premonition nicht unbedingt erkannt, dass das die Crewquarters sind, weil das waren halt einfach nur graue Wände hinter ihr, so wie ungefähr überall hier im Spiel. Aber ignorieren wir das und gehen einfach dahin. Denn wir wissen ja zum Glück, dass sie da ist. Wir als aufmerksame Spieler, die sie schon ungefähr fünfmal da gefunden haben oder so. Keine Ahnung, wie oft eigentlich, aber einige Male halt. So. Und diesmal lebt sie noch. Und ja, ich glaube, sie wird sie selbst umbringen. Habe ich so das Gefühl. So, you were here. As I spoke her eyes turned toward mine, but I didn't get the feeling that they were looking at me. Her skin was pale and sickly. Naja, Blast ist jetzt nicht unbedingt, aber... Gut. Liegt vielleicht an der Rauchschwebe allgemein. And one of her hands held the scalpel like I'd caught her in the middle of something. Wobei ich es gerade deswegen vielleicht nicht unbedingt sehe. Huh. Ich weiß nicht. What are you doing here? It's okay. I'm just here to help you. Help me? What do you mean? Just let go of that scalpel. I need it to get this bracelet off. Nein, das wird nicht klappen. Remember what Zero Junior told us? The bracelet comes off when your heart stops. Ja, aber das bringt er nicht so viel. So I just have to... Nein, keine gute Idee. Lasst das bitte. Mein Schatz. Komm schon, hör auf! Stop! Before I even finish the word I was running, I grabbed both her hands and wrenched them back, pulling the blade away from her chest. No! Komm schon! Nein! Komm schon! Nein! Ich muss das tun, ich kann es nicht mehr nehmen. Das ganze Ding ist wie ein Schmerz. Ich kann mich nicht aufwachen. Ich kann mich nicht aufwachen. Der einzige Weg, dass ich hier rauskriege, ist zu sterben. Knock it off. For granted, I tore the scalpel from our hands. Ja, aber... Das wird dann wohl auch tatsächlich sein, dass... Ja, was gerade beim... Clover-Ending ungefähr passiert ist. Mit allen halt auf einmal. Wie auch immer ich mir das genau vorstellen soll, aber hey. Ich meine, rein theoretisch hätte Quark... Äh, nicht Quark. Casey auch alle umgebracht haben können. Ja, er war nicht da. Aber... Weiß ich nicht. Immerhin... Diesmal nicht ganz so blutig. Sie nicht respondent, wenn ich sie schocken. Hey, are you all right? Alice, say something! There was a moment of terror before I realized... She was still breathing. I didn't know why, but it... Seemed she'd only passed out. Shit. What am I supposed to do now? Oh man. Maybe the infirmary? It's got all those magical things. What am I supposed to do now? What am I supposed to do now? By Adrenaline, I hefted Alice's body and took off towards the infirmary. What am I supposed to do now? Und somit auch zu den ganzen anderen halt. Logischerweise. Wobei, die ja wahrscheinlich auch gerade nachher suchen, ne? Okay. Please pay attention everyone. You need to hear this. The Atom has finished scanning Alice. Und sie hat auch Radical Six. What did it say? Her Resultate are identical to Quark's. Yep. Auch das hatten wir schon mal in irgendeinem Durchlauf, ne? Sie hat sie da, glaube ich, nicht weggerannt. Doch, da ist sie auch weggerannt. Klar, da haben wir sie ja aber im Bee Garden dann direkt gefunden. Oh nein. Oh nein. 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 Was wird mit ihr passieren? Well, wie ich gesagt habe, es gibt nur eine Art, um Radical Six zu curieren. Es ist ein spezieller Antivibus, ob es hier oder nicht gibt es einen rundherum. Nein. Nein. Oh Alice. Ich will nicht, dass du sterben. Bitte. Bitte nicht sterben. Ich will nicht alleine sein. Nicht sterben. Und wir haben noch 10 Minuten. Wir sollten vielleicht langsam mal dahin gehen gleich. Ich habe gerade gar keine Ahnung, mit wem ich hier in einem Team bin. In dieser Router. Aber hey. Ich glaube, wir sollten zurück zum Schwerhaus. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, Alice und Quark. Ja, wir können gerade ihr nicht zu. Auf dieser Route haben wir ja gar keine Excelle wie er für sie. Von daher. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier hinterlassen. Nein. Ich bin nicht hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich werde alles alleine lassen. Sie wird gut sein. Ich gebe ihr ein bisschen Soparil. Sie wird nur schlafen, wie Quark. Stimmt, ich glaube, ich war hier mit Luna und Clover in einem Team. Also mit Clover in einem Team und Luna war mit uns mit. Das heißt, ich muss gegen Luna gleich spielen. Clover, du kannst also gerne hierbleiben. Eigentlich wollte ich auch alleine gegen sie oder für sie. Ich will sowieso Ally. Wie man sich vielleicht denken kann bei ihr. Ich will sowieso ally. Ach, wir sind gegen Clover. Wenn sie nicht beide wählen, dann wird sie als Ally. Das bedeutet, wenn sie hier bleibt, dann werden die zwei von euch schön sitzen. Es ist besonders du, Sigma. Nach allem. Du hast jetzt 6 BP. Ja, ich werde aber Ally wählen. Alles gut, alles gut. Was heißt, ich werde Betrayen wählen? Wenn du so bist, dann bekommst du, was du brauchst, um zu wegzukommen. Na, kein Interesse. Du wirst. Es ist nicht möglich, ich würde das machen. Ist das so? Ja, es ist so. So, for one, I'm not the only one making this decision. Luna's my partner and she'll be in the AB room with me. Do you really think she'd just stand by and let me do something like that? Beg me up here, Luna. Um, well, actually I was planning to let you make the decision. Ach, komm schon. See, told you. You can lie to us if you want, but you can't lie to yourself. Shut up. Um, if I might make a suggestion, what if Sigma and Luna both remained here? Äh, nein, das ist keine gute Idee, glaube ich. Should all three of you abstain? Then you would all be guaranteed to ally, correct? Nope, doesn't work like that. Wir haben einen Zettel gefunden. Hier, guckt ihn euch an. Ich hab ihn euch noch nicht oft genug gezeigt auf anderen Timelines. Woo! Wir werden alle sterben, wenn jemand wählt. Deswegen müssen wir wählen. Das bedeutet, dass beide Dio oder Tenmyoji dann wählen werden, dass sie dann wählen müssen. Yep. Und sie spielen gegen Alice. Oh. Ja, und ich glaube, Dio wird dahin gehen. So. Ich glaube, spielen gegen sie ist ein bisschen generös. Aha. So, Alice ist garantiert, dass sie für Ally wählen. Das bedeutet, dass wenn Dio die Betrayung wählt, dann... Ich schau es nicht. Du versuchst, mich zurückzuholen, wegen dem ich vorhin gesagt habe? Ja, irgendwie schon. Keine Chance, ich werde zu Betrayung wählen. Das war doch gerade deine Idee. Du weißt, dass wir BPs gewonnen haben, oder? Ja, und? Das interessiert mich nicht. Was passiert, wenn ich das gemacht habe? Ja, es wird sterben, aber seit wann interessiert dich sowas? I wouldn't put it past you, ja genau. Kuhl it, boys. Hast ja auch nicht gerade auf der anderen Timeline gemacht. Also, ich meine ja, du... Don't worry, I'm gonna be in that room too. Ja, ob du ihn aufhalten kannst, ist die andere Frage, aber gut. Ja, ist okay. Ja, verständlicherweise. Du bist der Unfall, just saying. Tenmioji, bevor wir in die CDs gingen, hast du Alice gesagt, dass du etwas erzählst, was du ihr erzählst. Ähm, was war es? Hä? Oh, das, äh... Ja, was ist daraus geworden? Ihr wart ja auch in einem Raum, oder? Ich glaube schon. Schau, es war nicht wichtig. Mhm. Glaube ich nicht. Just forget about it. Schade, schade. We may... Time's running out, people. Aber es wird wohl nochmal aufkommen, auf jeden Fall. Clover and I will stay here and keep an eye on Alice and Quark. Everyone else needs to go. What? You're staying too? Yeah, something does happen. Clover might need a hand. Aren't you a solo? Playing against Kay and Quark, but with Quark out, that means Kay would get to the side this whole round. Ja, er wird schon nicht betrörend, glaube ich. Komm schon. Are you saying that you trust me? Yes. Even though I have 6 BP. Yes. Whoa, whoa, whoa. Are you nuts? What happens when he gets 9 BP? Ja, wird er nicht. I'm not worried. Kay won't betray me. How can you know that? I just know, I guess. You just know? What the fuck is wrong with you? Had something happened between Fy and Kay while they were out exploring? I understand. I can hardly betray trust like that, can I? I will vote for our team. Good. We're counting on you. I've had enough of this bullshit. Ja, ich von deinem auch. Come on, we need to... Hm, ja, lass uns bitte nicht gehen. Take care of those two. Of course. We promise. Uff, Zed, we were off. Gut. Dann mal sehen, wie das hier ausgeht. Ich meine, an sich sind, glaube ich, alle Runden relativ fest. Das Einzige, was mich interessiert, ist halt, ob Termi Uchi tatsächlich Dio aufhalten kann, Betray zu wählen, was er definitiv halt tun würde. Aber der Rest ist relativ sicher eigentlich, also meiner Meinung nach. Es würde mich wirklich überraschen, wenn Kay jetzt Betray wählen würde. Dann nur du und ich bleiben. Right. Gut, okay, let's go. Two myeby gates lit open. We all shared one nice look at each other before ducking into our respective rooms. Start. Also du lässt mich echt entscheiden? Mensch, Mensch, dass du mir so sehr vertraust. Zwei minuten redet, bis ich dich nicht vertraue. Also vielleicht gib schon, dass jemand beschwerft, dass ich weiß. Was sollst du tun? Ich meine, wie sollst du wählen? Komm schon. Keine Frage. Wenn Clover nicht wählen, dann fällt sie zur Liege. Sie trainiert jemanden, der gar nicht so hart spielt. Das ist fair. Natürlich, ich glaube auch so. Ich bin nur glücklich, dass du es sagst. Ja. Luna's Gesicht brach in einem warm, heißen Lüge. Nicht, dass du nervig bist, aber es war wie ein Rang der Sonne an einem geflogenen Tag. Okay, ich grinned back at her, bevor ich wusste, was ich da war. Vor mir, der Lundry-Game war nicht so schrecklich. Dann sprach sie. Sigma, was ist mit der Hand? Es ist etwas... ...weil da drin. Ähm. Es ist... ...what? Ähm, das ist kein Blut. What? What the hell is this? Bin ich kein Mensch? Aber in dem anderen End, wo wir uns abgeschossen haben, also wo wir uns selbst in den Hals gestochen haben, kam auch Blut raus. Also zumindest war Blut auf dem Bildschirm plötzlich. For the first time since I'd found Alice in the crew quarters, I looked down at my hand. Was zur Hölle? Because the palm of some sort of strange white liquid. For a moment I thought I'd somehow touched some white paint or something similar. But the truth was far stranger. The liquid was coming from my hand. Yes, of course. Als ob ich selbst geschnitten hast damit. It was coming from the cut I'd given myself when I grabbed the scalpel away from Alice. Where was the blood? I felt a very odd sort of fear begin to wrap its hand around my throat. Quickly I held my palm against my chest. I shouldn't have let Luna see that. Are you alright? Yeah, it's nothing. Went to the pantry while I was looking for Alice. There was some milk and I spilled it. It sounded even steeper as I said it, yeah? Yeah, but... Just shut up. It's fine, alright? I'm fine, leave me alone. I regretted the words for a moment. They were out of my mouth. But something was wrong, very wrong. My head was spinning. Sigma? Oh man. I'm so sorry. I just... It's... Just don't worry about it, okay? There was no time left. I had to vote. Okay, mach. Calm down, just calm down. Just think about the AP game right now. Just forget about your hand. Das ist, glaube ich, bisher das, was ich mit Abschirm am meisten verwirrt. Von allen Sachen, die wir herausgefunden haben. Like, was zur Hölle? 10 Sekunden beginnt, bis die Ambedeck-Game-Polling geschlossen wird. Ich meine, wir haben ja auch herausgefunden, dass die Androiden, die wir ja schon mal gesehen haben, eigentlich genauso aussehen wie Menschen. Dass theoretisch jemand von uns einer von denen sein könnte. Und wir haben halt bisher noch nie unsere Leiche logischerweise gefunden, sondern immer nur andere und die hatten alle rotes Blut. Aber wir als Einzige haben anscheinend weißes Blut. Würde das dafür sprechen, dass wir der Android sind? Dass wir kein echter Mensch sind, tatsächlich? Ich meine, ich könnte es mir halt gerade nicht anders erklären. Was soll das heißen? Ich meine, mit Radical Six kann es auch nicht zusammenhängen, weil auch die Leute mit Radical Six, die wir bisher abgeschrochen haben, also abgeschrochen, gefunden haben. Wir haben bisher niemanden abgeschrochen, glaube ich. Aber ihr versteht doch schon, was ich meine. Es ist weird. Es ist alles sehr weird. I don't get it at all. Gut, dann gehen wir mal wieder raus hier. Oh, die ignorieren einfach unsere Hand. Natürlich, was denkst du? So, yeah. To be honest, AP-Game was the last thing on my mind. As chaotic as my thoughts were, they all centered on one thing. The mysterious white liquid. Do you want to go see the results? The liquid didn't seem to have clotted or run out. Since it was still oozing thickly, I was just a slit in my hand. What in the hell is this? It couldn't be blood, could it? No. That was impossible. No matter how many white blood cells clumped together, you never get anything that looked like that. I had never seen my blood do this before. In 22 years of life, I'd seen my body bleed many times. Scraped knees as kid, accidental nicks with a knife as an adult. But every single time I'd blood red like any other human being. So why was it that this time? It was white. What the hell is happening to me? Hey, Sigma, what are you doing? Get the hell over here! I'm going to show you the results! Results from now, please. Wir sind nur zu viert hier? Wow. Perfekt. Mhm. Wundervoll. Das ist doch mal eine sehr, sehr schöne Runde, würde ich sagen, oder? Wir sind alle einfach nur gute Freunde. Niemand hinter GTA irgendjemanden. Perfekt. Mit Tenmiyuchi und Alice sieht es trotzdem ein bisschen schlechter aus. Selbst wenn wir jetzt beim nächsten Mal alle Ally nochmal nehmen. Dann hätten alle neun, außer die beiden. Aber gut. Ja. Kann man erst mal nichts machen. Das ist unglaublich. Schau, jeder hat alle Ally gewählt. Du hast es so, wie du dir geplant hast, Kay. Wie kann ich mich zu verletzen, nachdem, was Fai mir gesagt hat? Tenmiyuchi und Dio auch haben alle Ally gewählt. Natürlich. Wenn wir nicht, hätte Alice gewählt. Ja, naja, das ist es, ich glaube. Wir sollten uns auch bedanken, dass wir beide auch. Ich bin froh, dass du auch Ally gewählt hast. Oh, ich hatte nichts zu tun, das war alles Sigma. Ja, ich danke dir sehr, Sigma. Sigma? Ja, ich bin ein bisschen beschäftigt mit mir selbst. Sigma, bist du okay? Nicht wirklich. Komm, was ist falsch? Sag mal, sag mal. Hä? Oh, ja. Ähm, sieht aus, wie wir alle Ally gewählt haben. Das ist großartig. Sigma, was ist mit dir falsch? Ja, du hast etwas ausgetauscht, seit wir aus den A-B-Räumen kamen. Was ist passiert? Ich hoffe, das passiert nicht. No, no, nothing like that. Hey, Mann, das war ein Schuss. Du weißt, was das ist? Ein Schuss? Na, I forgot. I'm sorry. Aha. Ich blute. Oder so. Ja, die Töne schließen sich schon klar. Komm schon, Sigma, rede über deine Hand. Ich meine, wenn alle nicht wissen, was damit aussieht, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht irgendjemand. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Rund 3. Stalki. Ich weiß. Wir können die Garten so viele Mal öffnen, wie wir können. Das bedeutet... Wir können das A-B-Game so viele Mal spielen, wie wir wollen. Also an sich steht jetzt gar nicht so schlecht um Tenmeyoji und Alice, aber kommt natürlich dann darauf an, ob wirklich auch alle kooperieren hier. Ich... Ich muss mit Sigma sprechen über etwas. Ja, das glaube ich nämlich auch. Über meine Hand vielleicht? Über... Was? Was? Aha. Eine übliche leckerste Ausstellung wurde mit etwas viel mehr sollen. Sie muss haben, dass... Es war etwas falsch mit mir. Das war was sie wollte zu sprechen. Ich war sicher. Okay, fine. Ich sollte meine Gitarre zu machen, fast relaxt. Woah, hold on. Ein privater Gespräch? Was sind Sie alle plodden? Wir sind keine Plodden. Ich versuche. Es ist nichts. Hm. Okay, was auch. See you for... Ja, dann gehen wir halt. Geht bitte alle, danke. Okay, meinetwegen. Okay. Good. I found somewhere nice when I was looking for Alice earlier. As strange as her request was, I had no reason to object. I kept my mouth shut and followed Luna as she headed off. Geht's from Bee Garden? Tatsächlich. The garden. You know this place? Yes, well, sort of. I came here once when I was looking for Alice. Oh, I see. So, uh, what brings you here? Isn't this nice? This is the only place in the whole facility with anything green. I feel kind of silly saying it, but... It makes me think of the great outdoors. I think it's the perfect place for a serious conversation. Yeah, it gives auf jeden Fall Sinn. Being surrounded by nature makes me feel... Happy. Oh, there's a bench over there. Would you like to sit down with me? Natürlich. She sat down softly and gently, and I lowered myself down next to her. So, what did she want to talk to me about? Instead of answering, Luna lifted the tiny birdcage pendant she wore into the palm of her hand. She was silent for a moment, and then began to talk. Can I tell you something? This is actually a music box. Ooh. Really? Yes. She twisted the key on the bottom, and it made an almost imperceptible winding noise. And she released it. Soft, clear notes drifted out. It's a nice song. Why did you bring that up though? Because I... I wanted you to know, I guess. Okay. Was ist immer noch irgendwas... ...wichtigeres auf sich? I wanted you to know more about me. Maybe it's because I'm so shy. But I don't really have any friends. Or even any acquaintances, really. So I've sort of always been alone. It was really hard. I felt so lonely a lot of the time. And it... It hurt. It felt like I was just kind of going to... ... collapse from the inside out. Das war, als habe ich diese Musikbox bekommen. Niemand, sehr wichtig, hat es mir gegeben. Sie haben nichts gesagt. Aber ich fühlte mich, dass es ein ungesprochenes Message hinter mir gab. Luna, Glück ist näher, als du denkst. Kennst du MaterLinks, die Blubird? Das ist das Massive. Das ist ein Bruder und Sester, Named Tiltal und Mital. Es gibt einen Blubird, von dieser Frau. Und dann zu der Dreamworld. Oder so. Also, wenn du das Blubird bekommst, dann kannst du das Blubird machen. So, sie besitzen alle diese verschiedenen Pläne, aber sie können nicht finden. Eventually, sie gehen und gehen nach Hause. Aber wenn sie wachsen, die Blubird ist in der Blubge, in der Hut. Das ist richtig. Es ist eine gut genannte Geschichte. Und sie lebt eine einfache Lehre. Ja, wie du sagst. Du findest es größer, als du denkst. Genau. Es hat mich gedacht. Vielleicht war die Person, die mir diese Musikbox gegeben hat, versucht, mir nur das zu erzählen. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Vielleicht ist das alles nur in meinem Kopf, aber... Ich fühlte wirklich, dass das, was sie bedeutet. Es war so... Es war so... Es war so... Es hat mich immer mit mir, wie ein Kind of Good Luck Charm. Aber... Aber... Ein Tag, ich wusste etwas, dass das Blubird hat, eine andere Art von Blubird. In Maeterlinck's original Geschichte, es endet nicht mit ihnen wachsen. Ja. Wenn Till Till und Mittil versuchen, die Blubird, die Blubird verlassen und fliegt weg. Und dann endet die Geschichte. Oh... 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 What about the moral then? It changes. Now the message, is that just when you think you found happiness, you lose it again. Wow... Das ist... Viel besser. Ich habe das schon lange überrascht, aber im Endeffekt... Es hat sich nicht verändert, wie ich es fühlte. Ich weiß nicht, was sie es bedeuten wollten, wenn sie es mir gegeben haben, aber ich habe entschieden, wie ich es darauf achten würde. Sollange du das als die Wahrheit betrachtest, dann ist es für dich die Wahrheit. Es bedeutet, dass Glück, etwas, das du immer nachschauen müsstest, und es ist nur, wenn du Glück behauptest, dass du wirklich glücklich bist. Du kennst, Sigma. Ich glaube, du bist Till Till. Du kennst, Und du kennst, du kennst, du kennst, die der Blu-Bird hat. W-what are you trying to say? Kann ich fragen? Ahm. Sure. Woher hast du Alice? Was meinst du? Was... Ich habe zu tun, was... Was hast du angeht? Just answer me. Woher hast du Alice? Ja, ähm... Room 2 in der Crew Quarters. Woher hast du vorher? Ich war in der Lounge. Das war, nachdem wir uns geschlossen haben, um Alice zu suchen. Das erste, wo ich nachher ging, war der Lounge. Also, du gingst von der Lounge zu den Crewquartnern, wo du Alice gefunden hast. Und dann gingst du sie nach der Infernung, richtig? Ja. Okay, erzähl mir das dann. Wie kennst du dich über den Garten? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Was gesagt, ich war mal hier, als ich nach Alice gesucht habe. Und das war beim letzten Mal, als wir noch nicht sofort wussten, wo sie ist. Just now, you said you'd come here, when you were looking for Alice. Didn't you? That doesn't make any sense. There wouldn't have been any time for you to visit the garden, while you were looking for Alice. Was ist das, dass wir lügen? Also, nicht lügen, aber... Ja, du weißt schon. Wie kennst du dich über diesen Ort? Well... ähm... Ich wusste nicht, was zu sagen. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Warum hab ich sie gesagt, dass ich über den Garten wusste? Warum hab ich sie gesagt, dass ich hier vorher war? Sigma, bist du... bist du ein Robot? Hast du immer hier gewesen? Siehst du, es würde so viel Sinn machen, wenn du es waren. Das würde es erklären, warum du über den Garten wusste und... und es würde es erklären, dass du den Garten auf deiner leften Hand. Ja, das haben wir auch gehört einmal. Das macht sie almost genau wie ein Mensch. Und ABT uses this white liquid instead of blood. Was ich wirklich ein Robot? Was ich wirklich ein Robot? Nein, das war nicht. Das ist es nicht möglich. Es war mir so schlimm. Es war mir ein Purs bar actually. Luna, Vielleicht, weil du ein Roboter bist. Habt ihr schon mal von den drei Gelegenheiten der Robotik gehört? Sie waren ein Set von Regeln, die von der Wissenschaftsfiktion-Autorin Isaac Asimov ausgesucht hat, die er in vielen von seinen Storien benutzt hat. Ansonsten, wenn solche Autos konflikten mit der ersten Law. Rule 3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz, als ob diese Protektion nicht konflikten mit den ersten oder zweiten Lawen. Oh, ja, ich habe das schon gehört. Wobei man natürlich sagen muss, dass sie nicht unbedingt auf Roboter zutreffen müssen, ne? Von daher. Das ist einfach ideal, doch. Genau, richtig. Du könntest damit arbeiten, aber ich glaube nicht, dass du es überhaupt nicht geschafft hast. Ich meine, depending auf wie du sie programmierst, Roboter könnten quasi alles, was sie wollen. Ja, du bist richtig. Aber ich glaube in sie. In dich. Wie du programmierst bist, ich glaube nicht, dass du keine von den drei Gelegenheiten verbreitest. Ein Roboter ohne die drei Gelegenheiten ist nur ein Stück Metall und Plastik. Das ist nicht du. Du hast ein Herz. Du bist eine gute Person. Es ist in deinen Augen. Nun, ich glaube, ich denke, ich denke, dass du ein Roboter bist. Es gibt noch eine Chance, dass du nicht bist. Wir sollten einige Tests machen. Tests? Ja. Um, wie? Nun, die Atom sollten wir uns sagen können. Ja, vielleicht schon. Oh ja, das Ding in der Infirmary. Ich habe die Kranche von dried leaves behind uns. Aber wenn ich aufhörte, es gab nichts. Wer ist es? Ist jemand da? Nur ich. Hi. Fie. Fie. Sorry, aber können Sie hierher kommen? Ich brauche Sie, um etwas zu sehen. Okay. Okay. Blue and I looked at one another, shrugged and stepped into the bushes. Willkommen. Willkommen. Oh, what? How long have you been here? I just got here a little while ago. Aha. Was hast du gehört, ist die Frage? Did you... hear what we were saying? No. Were you talking about something you didn't want me to know about? Äh, vielleicht. Je nachdem, weiß ich nicht. Whatever. Just have a look at this. I followed the line of her finger. Ah! Eine Bombe. Tatsächlich. Das ist aber jetzt die zweite Bombe auf dieser Timeline, oder? Warte mal. So, Schatz, wir sind ja hier, ne? Und hier haben wir ja sowieso schon eine Bombe gefunden gehabt. Also ist das schon die zweite Bombe, die wir gerade finden. Blablabla. Okay, cool. Das ist... Das ist... Eine Antimatter-Bomb. Ja. Exakt. Ich bin ziemlich sicher, dass jemand es hier nicht aus der Crewquartiers verholt hat. In fact... Ich bin ziemlich sicher, dass es eine ganz andere Bombe ist. Schau auf die Nummer auf der Seite. Und die in der Crewquartiers sagte 3, oder? Dann muss das sein... Ich habe mehr gute Nachrichten. Ja, habe ich schon. Du sagst, da ist eine 2-Bomb da irgendwo? Ich kann nicht sicher sein, aber es scheint ziemlich sicher. Dammit. Das heißt, wir sind mit einer Combined Explosive Power equal zu 3 Tonnen von TNT. Ja. Wer hat sie plantiert? War es ihr, Leute? Ich meine... Ihr seid hier ziemlich lange. Hey, keine Ahnung. Ihr seid viel mehr suspicious als wir sind. Was war ihr in den Buschern, eigentlich? Okay. Wie hast du sie hier platziert? Ich war... ...eine Gehen. Einen Gehen. Du denkst wirklich, ich werde das kaufen? Wunderbar. 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 Ja. Ich glaube schon. Also, wer hat die Bombe geplant? Ernährlich? Es könnte jeder von uns gewesen sein. Jeder könnte hier kommen, während wir alle für Alice suchen wollten. Wir müssen dann allen über das erzählen. Ja, du bist richtig. Wunderbar. Wunderbar. Aber holy fuck war die Szene mit Luna trotzdem gerade cute. Ich muss es trotzdem gerade mal zeigen ganz kurz. Auch wenn wir jetzt wieder aus der sehr sehr schönen entspannten Stimmung raus sind. Okay, wir sind hier. Ja, ja. Ja. Kluve und Hemiouji. Kandio. Und, of course, Alice und Quark. Both seem to be sleeping peacefully. You'd never think to look at them that they'd been completely insane not so long ago. Ja. Schon richtig. Alright, everybody. Listen up. I told them we'd found the number one bomb in the garden. Now, judging by the numbering on the two bombs, we'd found so far there was probably a number two bomb out there somewhere, too. Oh, this is bad. What are we going to do? Well, I think Alice mentioned something. There should be an emergency if you enter that password. The device should be. Well, you see it right here. If we can find the password in the first place, we can just then enter the password. So, if we have the password, we can deactivate them? Oh, whoa, hold on a second. That's great and all, but we need that password input device she was talking about. Ach, und das auch noch, klar. Without that, we're still boned, even if we did have the password. Yeah. That's why I want all of you to let me search you. I beg your pardon? You heard me. Chances are whoever planted those bombs is in this room. There's also a good chance they've also got the device we need to deactivate the bombs. So you're planning to search us for it? Exactly. But... No buts. If you refuse, then I'll assume it's because you've got it and you planted the bombs. Unless you want that. I suggest you cooperate. Clear? Good. Now who's going to be first? Hmm? Huh? You only need to search one person. What? Why? Because I figured out who did it. I know who did it. What do you really know? The words were out of my mouth before I'd even realized I was saying them. How can you... There's no way. Yeah. I made false gaze and not it. Then turned away. I know who set the bombs. That person... Um... Was Alice? Oh! Objection! That person! You did it! The room was suddenly silent. And Alice would sin ergeben, weil... Sie ja auch in dem... To continue... Aber du weißt es noch anscheinend. Außer wegen deinem Grund. Aber ich weiß es noch nicht. Deswegen muss ich es erst herausfinden, was er herausgefunden hat anscheinend schon längst. Warum auch immer, wir dann trotzdem schon das... Flash forward bekommen haben. Quasi... Whatever. Whatever. Das war... Etwas. Vor allem wie gesagt, das Gespräch mit Luna. Gott. Sie ist der cuteste Schritt überhaupt. Ich will ihr nicht nicht vertrauen. Krasse ist. Aber ich vertraue ihr trotzdem. Gerade deswegen. Weil sie jetzt eine einzige Person so fucking lieb ist. I don't know. So, ja. Hier ist wieder mein schwarzes Buch. Abgeschlossen. Also nicht abgeschlossen mit einem Fragezeichen versehen. Aber geschlossen. Im Sinne von Buch geschlossen zu. Nicht abgeschlossen. Okay? Got it. Fucking shit, ich kann nicht reden. Okay. Beim nächsten Mal. Mhm. Ja. Jetzt gerade wo ich gesagt habe, Luna ist voll cute. Und ich mag sie voll gerne und ich will immer vertrauen. Beim nächsten Mal werden wir sie hintergehen. Es tut mir leid. Aber es muss halt mal sein. Gucken wir auf was hier so abgeht. Und wie weit wir hier so kommen, ohne dass uns ein Log im Weg steht. Und ja. Ich hoffe dieser Partei hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.